Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Wir kommen zu unserem nächsten Workout-Vlog, und zwar zu unserer Push-Einheit, nach einer kurzen Nachricht von unserem Sponsor Vest. So, Ladies and Gentlemen, wir gehen in die Push-Einheit hinein, eine der letzten Push-Einheiten, der harten Push-Einheiten, vor der AMBF. Wir haben gestern das erste Mal unter 80 Kilo eingewogen, mit 79,9, Alter. Wahnsinn! Wir sind auf die 80 Kilo gelandet. Heute wieder ein bisschen höher das Gewicht, einfach weil wir gestern nicht keckern waren. Deswegen heute ein bisschen höher. So schaut's einmal aus. Ich bin ziemlich müde, ich bin ziemlich fertig. Und, ja, das sind ja jetzt die letzten Tage, wo wir, ja, wo es sich entscheidet, was für Placings wir machen. Also wir geben hier jetzt nochmal Gas, schauen, dass wir dranbleiben. Und, ja, da gibt's auch nichts mehr zu sagen eigentlich. Mir ist schweinekalt. Und, ja, wir geben Gas. So schaut's aus. That's it. Boom on. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir gehen in die Push-Einheit rein. Let's go. Wir gehen in die Push-Einheit rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Come on. Vielen Dank. 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 Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay. Back off set. Let's go.